So Yannick, auch wenn ich jetzt nicht so der Fan von Salat bin, naja, dann angebote die Haare zu färben, kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen habe ich mir Salat besorgt und ich glaube zwar nicht, dass ich die 16 Minuten 44 toppen werde, aber ein Versuch ist es glaube ich wert. Alexa, stell ein Timer auf 16 Minuten und 44 Sekunden. 16 Minuten und 44 Sekunden, ab jetzt. Und los. Man kann es überhaupt nicht vernünftig abbeißen. Mein Mund ist nicht groß genug für diesen Salat. Mmh, Erde. Lecker. Ja, jetzt wird es eklig. So, 6,5 Minuten sind jetzt um und mir ist besonders schlecht. Scheiße. So, die Hälfte ist jetzt vorbei. Aber ich versuche jetzt mal, den nicht mal ranzubeißen. Vielleicht geht es schneller. Aber ich glaube nicht. Jetzt kommen die Bauchschmerzen. 13 Minuten sind vorbei. Mal gucken. Schmeckt richtig falsch. So, 12 Minuten. Noch viel. Jetzt wird mir schlecht. Jetzt habe ich noch ungefähr die Menge von einem Apfel. Das sollte doch eigentlich in zweieinhalb Minuten zu schaffen sein, oder? Ah, das schmeckt ja scheiße. Alexa, wie lange noch? Weniger als eine Minute und 50 Sekunden verbleibend auf deinem 16 Minuten und 44 Sekunden Time. Ah, scheiße. Ich fange mal um fast zu. Ich glaube, dann muss ich mich übergeben. Janik, ich glaube, du hast gewonnen. Alexa, stopp. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, wenigstens den Rest noch zu essen, aber... Ich kann nicht mehr. Genug Salat für dieses Jahr. Janik, ich hasse dich. Ich habe mich geschlagen. Jetzt sind die anderen dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.